Hallo zusammen, Aizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare. Da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Flügel ausbreiten, einzunehmen bei Schubbenkommandantin Gluttal, auf der verbotenen Insel, an dieser Position, Dracht durch Startgebiet. Vor Quests waren Arkanes Eindringen und das Innere Feuer. Mal Quest annehmen. Nun heißt es, erfahrt mehr über das Segeln. Dazu muss man einfach da vorne diesen NPC benutzen, also mit der rechten Maus, dass der anklicken. So, und jetzt heißt es, wird Segeln durch Ringe gesegelt 0 von 5. Da müsst ihr jetzt nach oben schauen und hier die Fähigkeitssegel benutzen. Ihr könnt sie auf eine Taste legen, wo ihr wollt. Egal. Und es könnte sein, dass wir jetzt direkt nach unten steuern müssen. So. Durch den Ring, durch den nächsten, hier und hier. Könnte sein, dass ihr ein bisschen üben müsst. Ich konnte es auch nicht direkt beim ersten Mal. Jetzt heißt es, erfahrt mehr über den Sturzflug. NPC benutzen. Und ihr seht, jetzt könnte es sein, dass ihr hier schaut und denkt, ja gut, Segeln da hinunter stürzen. Nee. Ihr müsst erst nach oben gleiten. Und das ist der erste Ring. Also, ich schaue nach oben. Ich benutze Segeln. Ich bin oben. Und jetzt geht es nach unten. Also so richtig Sturzflug mäßig. Und jetzt wieder nach oben. Und das war der fünfte. Nächster Schritt erfahrt mehr über fortgeschwittenes Fliegen. Fangen wir an. Segeln durch Ringe. So. Das ist der erste Ring. Dahinter der zweite und dahinter der dritte. Wenn wir jetzt Segeln benutzen, haben wir auf 1 und 2 zusätzliche Fähigkeiten. Mit der 2 kann man weiter in die Luft steigen, also aufsteigen. Und mit der 1 kann man beschleunigen. Müsst ihr abschätzen, was ihr benötigt. So, ich gehe hier nach vorne. Nutze Segeln. Steige auf. Und jetzt geht es einmal mit der 1 weiter. So. Jetzt hoch. Komm ich noch durch. Und jetzt die 2. Und Sturzflug durch den nächsten Wing. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, diese Quest zu schaffen. Ich hätte auch direkt nach dem Start nochmal die 2 nutzen können, damit ich höher komme. Und danach einmal schwinden, sozusagen. Also beschleunigen. Wenn ihr es geschafft habt, ist die Quest abzugeben bei der Vishan. Auf der verwotenen Insel. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und nicht vergessen, in den Kommentaren Twitch-Link zu finden. Würde mich freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.